Musik Schalte ein, öffne das Telefon und gehe auf die Google Translation. Bereits voreingestellt, Englisch nach Deutsch und ich lasse mir erweiterte Anzeigen geben. Wir versuchen einen einfachen Begriff. Breakfast. Vorschläge können wir hier übernehmen. Frühstück. Breakfast. Dinner. Abendessen. Trainstation. Bahnhof. Can you translate for me? Können Sie für mich übersetzen? Wenn wir hier ein Fragezeichen hinsetzen, was passiert dann? Können Sie für mich übersetzen? I need to go to the train station. Ich muss zum Bahnhof gehen. Where can I find a hotel? Wo finde ich ein Hotel? Is this the entrance to the museum? Ist dies der Eingang zum Museum? Can I use your restroom? Kann ich die Toilette? Wir versuchen eine andere Sprache. Wie wäre es denn zum Beispiel mit, naja, Schwedisch? Kann ich die Toilette retten? Wie wäre es mit Französisch? Und einem neuen Satz vielleicht? Wie wäre es mit der Toilette? Wie wäre es mit der Toilette? Was wäre es mit der Toilette? Ich habe eine andere Sprache. Wille ich meine Liebe und alle? Was wäre es mit der Toilette? Es klappt nicht immer völlig perfekt. I do not agree with the French government. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement français. I do not have the slightest idea what you are saying. Can you repeat this please? And we go out of the translation. Call Peter Hogenkamp. Oops. Oops. . 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 Vielen Dank.